Herzlich Willkommen beim neuen React von mir und zwar, ihr habt das vielleicht mitbekommen, egal ob auf Twitch oder sonst wo, gestern. Zu dem, wo ich es aufnehme, am 22.03. ist der neue Spiel erschienen, Dragon's Dogma 2. Ein wahres Festivalabenteuer ist hier eine Review von PC Gamers und weil ich mir das Spiel selber vorher noch nicht angeschaut hatte, denke ich mal, ist das eine super Idee, jetzt hier einmal die Review anzugucken, aber davor natürlich wie immer kurz auf Steam und ich dachte eigentlich, das kam voll gut an, weil es alle so viel spielen und auf Twitch hat es auch super viele Aufrufzahlen. Also Live-Zuschauer und wenn wir uns hier die Bilder kurz mal angucken, ich mache den mal groß, sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Eigentlich so ein bisschen wie so ein Skyrim einfach mit krasser Grafik, also könnte schon ziemlich geil sein, aber wenn man dann auf die reellen Nutzer-Rezensionen geht, 45% nur positiv. Es ist klar, er ist gestern rausgekommen, das kann viel zusammenhängen mit Serverproblemen, deswegen gucken wir uns das gleich an, 16 Jahre, aber 65 Euro, also es ist schon echt nicht billig, ein Singleplayer-Game, nur Singleplayer. Es gibt schon ein paar, guck mal, hier gibt es echt ein paar DLCs, größtenteils negativ, warte, da kann ich hier einmal kurz, gehen wir kurz drauf. 20%, ja, es sind ja nur 15 Rezensionen, egal, aber wir wollten jetzt, oder ich wollte jetzt einmal ganz kurz, ja, nicht hier drauf, bitte, das ist bitte alles mal weg hier und wir gehen auf die Rezension, was hier so negativ ist, weil hier gibt es ja wirklich einige, einige, teilweise schon 20 Stunden trotzdem gespielt und hier haben wir einen nach 5 Stunden, nur 7, also 0,7 Stunden, also das ist ja, ja, nicht mal ganz eine Dreiviertelstunde gespielt. Mikrotransaktion in einem 70 Euro Singleplayer-Spiel. RIP. 2 Euro, um seinen Charakter anzupassen. RIP. Mikrotransaktion, okay, das ist natürlich scheiße, also das ist ja wirklich. Okay, wo soll ich nur anfangen, ist es ein riesiger Haufen Elend und das ausgerechnet von Capcom, wo ist die Liebe, die sie in Resident Evil investiert haben? Mhm, KI sowohl bei Vermitteln als auch bei Fighters ist absolut lächerlich. Ähm, ein absolutes Escort-Quest-Desaster, okay. 2024, meine Freunde, und man kann weder sneaken noch schwimmen. Okay, ärgerlich. Was haben wir noch für negative Rezensionen? Ich bin in das Game rein, weil ich erstmal die Grafik anpassen wollte, ist ja egal. Habe natürlich keinen passenden Charakter gestellt, sondern den nächsten Besten genommen, dann alles eingestellt, geschaut, ob die FPS auf einem guten Niveau sind und dann zurück ins Hauptmenü, um ein neues Spiel zu starten. Und zu meiner Überraschung kann man nicht, es gab keine Option dazu, sobald man auf Spiel starten gekriegt hat, war es das. Dann hängst du auf diesem Spielstand fest. Ah, und da muss man wahrscheinlich diese 2 Euro hier ausgeben, um den nochmal neu anzupassen. Single-Player-Game, where you have to buy character change. Oh, das ist halt wirklich so unnötig, was? What the fuck, you can't restart a new game or change your character. Okay, das ist ja wirklich komplett Bullshit. Also manche Leute hier sind wirklich maximal los mit ihren Halbwissen. Man muss 2 Euro zahlen, um seinen Charakter zu ändern. Okay, mal gucken, was er sagt, er hat schon ein bisschen mehr gespielt. Nein, muss man nicht. Man kann beim Barbier, also beim Barbershop, sowohl seinen Vasallen als auch seinen Mainchair gegen Gold optisch verändern. Für eine vollständige Veränderung braucht man einen Trank der Metamorphose, welchen man ebenfalls in-game finden und auch bei diversen Händlern für Gold kaufen kann. Wie schon beim Vorgänger. Die restlichen DLCs sind absolut irrelevant und können ignoriert werden. Also keine Ahnung, wo sich viele Leute wegen ihnen... Ich selbst hätte die DLCs nicht mehr wahrgenommen, wenn ich das Geheule auf Twitter nicht gelesen hätte. Ansonsten ist im Grunde genommen ein... Man versucht nicht, das Rad neu zu entwickeln. Dass man mit nur einem Save-Game-Slot ist Geschmackssache. Ich persönlich finde das top, weil die Entscheidung und Handlung... Okay, für den Preis ist letztlich jeder selber wissen. Leute, die den ersten Tag geliebt haben, werden mit dem zweiten auf ihre Kosten kommen. Okay, aber diese Person hat offensichtlich den ersten Teil schon gespielt. Also ist ja Teil 2, der jetzt rauskam. Und dieses ganze Extra-Wissen, klar muss man halt googeln, aber das ist trotzdem Bullshit. Nach einer Stunde, nach 0,4, das hat die halt früh aufgeregt. Weil es wird dir nirgendwo gesagt, dass du es neu machen kannst. Aber, das ist also so ein bisschen zur... Warum auch die Reviews vielleicht nicht so gut sind. Wir gehen direkt rein in die Action. Schaut vorher, ganz wichtig, beim Video vorbei von PC Gamers. Lasst ein Like da, schaut das Video euch vorher an. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefällt. Und wir gehen direkt rein. Mal gucken, was PC Gamers hierzu zu sagen hat. In modernen AAA-Games ist es oft gar nicht so leicht herauszufinden, welche Art von Erlebnis die Entwickler eigentlich erschaffen wollten. Wir alle kennen sie mittlerweile zu Genüge. Risige digitale Welten voller Features, Fortschrittsmechaniken und Aufgaben. Die fühlen sich aber oft nur wie Beschäftigungstherapie an. Es fehlt der rote Faden. Eine zielgerichtete Vision, die alles zusammenhält. Auch Dragon's Dogma 2 ist ein Projekt voller Superlative und Möglichkeiten. Aber in einem kleinen Detail, das den meisten vielleicht gar nicht auffällt, zeigt sich für uns, dass die Entwickler hier ein klares Ziel vor Augen haben. Ich finde den Pfeil gerade ein bisschen komisch. Ist der jetzt schon besiegt, der Riesen-Oga oder was auch immer das sein soll? Naja. Gut, die Werbung werden wir kurz überspringen. Wenn wir nach einer langen Reise an einem Rastplatz ankommen und unser Zelt aufschlagen, versammeln wir uns mit unseren Begleitern ums Lagerfeuer. Das ist schon geil. Ich wollte gerade sagen, die Begleiter Catherine und irgendwen noch. Schon ganz hübsch. Wobei hier die Grafik nicht ganz so schön aussieht, muss man ehrlich sagen. Können wir eine deftige Mahlzeit kochen, um einen Buff zu erhalten oder uns schlafen legen? Ist das... Ist das in-game? ...unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Wir dürfen uns aber auch... Ne, oder? Das war nicht in-game. ...mit unseren Begleitern ums Lagerfeuer. Hier können wir eine deftige Mahlzeit kochen, um einen Buff zu erhalten oder uns schlafen legen, um unsere Gesundheit wieder aufzufüllen. Ich denke, wir dürfen uns aber auch neben das Feuer... Von Gerald ist auch dabei. ...und Brennholz nachlegen. Scheit für Scheit sehen wir uns einfach nur die Flammen an und hören dem Knistern zu. Schon geile Stimmung auf jeden Fall. Einen spielerischen Nutzen hat das nicht. Aber wir können es trotzdem tun, weil es verstärkt, was Dragon's Dogma 2 ganz besonders auszeichnet. Das Gefühl, mit unserem Team ins Unbekannte aufzubrechen und ein echtes Abenteuer zu erleben. Und für diese Stimmung opfert Dragon's Dogma 2 so einige Komfortfunktionen und kommt auch gerne mal etwas Altmodus daher. Aber die Vision geht auf. Und wie? Wer den Vorgänger gespielt hat, dem wird vieles in Dragon's Dogma 2 sofort vertraut vorkommen. Wir erbauen uns in einem irrsinnig detaillierten Charaktereditor unsere Figur zusammen. Dabei dürfen wir uns auch zwischen zwei Rassen entscheiden, die die beiden Königreiche der neuen Spielwelt bevölkern. Die Prämisse ist... Oh, der Drache sieht sehr cool aus. ...simpel. Ein roter Drache, der Vorbote der Apokalypse, ist erschienen. Weil wir ihm chancenlos, aber tapfer entgegentreten, reißt er uns das Herz aus der Brust und macht uns so zum Erweckten. Wir werden zum klassischen Helden aus der Prophezeiung, der losziehen und ihn erschlagen soll. Als Erweckter sind wir auch in der Lage, mit der Vasallenlegion zusammenzuarbeiten. Das sind Begleiter, die aus einer anderen Dimension geholt werden und uns aufs Wort gehorchen. Unseren Hauptvasall erstellen wir selbst. Die anderen beiden werden offline vom Spiel oder online von anderen Spielern zusammengebaut. Interessant, man hat hier so Seelenpunkte oder was auch immer. Und insgesamt ist man eine Viere-Truppe, was auch sehr cool ist. Zu zweit kann sich so ein Abenteuer immer sehr lonely anfühlen, weil es ist ja nur Singleplayer. ...nur ausgeliehen. Weite Teile der Story befassen sich im Gegensatz zum konfus erzählten Vorgänger zumindest mit einem klaren Problem. In Wernworth, der Hauptstadt der Menschen, sitzt schon ein anderer Erweckter auf dem Thron. Eigentlich darf es aber nur einen geben. Damit uns das intrigante Königshaus nicht sofort den Kopf kürzer macht, sind wir gezwungen, verdeckt zu arbeiten. Wir brechen mehrmals ins Schloss ein und sammeln Indizien gegen den falschen Erweckten. Das klingt spannend und ist wegen der guten englischen Vertonung und Inszenierung auch unterhaltsam anzusehen. Eine echte Bindung zur Geschichte und ihren Figuren haben wir aber nicht aufgebaut. Charaktere und Erzählstränge werden eingeführt und gleich wieder fallen gelassen. Ein Mitspracherecht oder eine formbare Persönlichkeit hat unser Erweckter auch nicht. Ja, schade, aber ist vielleicht auch nicht so der Hauptpunkt, warum man das Spiel spielt. Mal gucken. Einmal ganz kurz, die Rüstung sieht hier sehr, sehr cool aus, auch das Schild. Portal auf, ins Reich der Katzenmenschen. Da, und vor allem, wenn es plötzlich aufs scheinbare Finale zugeht, ist es kaum noch nachvollziehbar, warum wir dieses und jenes gerade eigentlich tun. Wegen der Qualität der Story spielt man Dragon's Dogma 2 also nicht. Ja, da habe ich mir schon gedacht, ja. Viel überzeugender ist da das Quest-Design, sowohl bei den Hauptaufträgen als auch bei den Side-Quests. Das beweist nämlich Mut zur Lücke. Wir bekommen oft nur grobe Indikatoren, was als nächstes zu tun ist und müssen uns aus dem Kontext erschließen, wie wir vorankommen. Manche Ereignisse passieren nur zu bestimmten Tageszeiten oder werden gleich mit einem... Das sieht sehr atmosphärisch aus, auf jeden Fall. Der glühelmliche Hintergrund. Und das ist eigentlich gar nicht so scheiße, weil da musst du dich wirklich mal auseinandersetzen mit so Quest-Texten. Kann einerseits nervig sein, aber ich glaube, wenn man sich darauf einlassen kann, ist es, glaube ich, richtig, richtig cool. Weil wenn da steht, gehe zu X und, keine Ahnung, mache B, dann ist halt klar, was du tun musst. Dann machst du es und denkst nicht zweimal drüber nach so. Setz dir noch einen Marker auf die Minimap und das war's. Und wenn da steht, ja, da stand da zum Beispiel, ja, ein Schatten verfolgt dich. Vielleicht von jemandem, der dich nicht gerne sieht. Wenn du dich in den Palast einmischst, Fragezeichen. Du solltest die Person zur Rede stellen und mehr erfahren. Disputiere dich mit deinem Verfolger. Okay, nimm Kontakt auf. Die dich auf Schritt und Tritt verfolgt hat. Also, wer ist das? Wann? Seit wann? Was wollen die von mir? Wie kann ich in Kontakt treten? Das sind alles Fragen, die nicht beantwortet werden durch die Questfrage. Finde ich sehr cool. Weiter geht's. Das ist ein Zeitlimit versehen. Wir verlieren Charaktere aus den Augen und treffen sie zufällig irgendwo anders wieder. Teils schaffen wir Aufträge nur, weil einer unserer Vasallen sie bereits mit seinem Schöpfer in dessen Spiel gemacht hat. Auch beim Finden von Schatztruhen und Items ist die Kompetenz der KI-Begleiter wichtig. Während wir durch die zerklüftete Landschaft wandern, weisen sie uns permanent auf interessante Dinge hin, die sie entdecken oder schon aus ihrem Spiel kennen. Und nur dann werden sie temporär auf unserer Karte markiert. Interesting, wenn du quasi die vorgefestigte Begleiter von anderen Spielern nimmst. Sehr, sehr interessantes Konzept. Sehr spannend. Auch finde ich cool, dass die NPCs hier ein bisschen am Labern sind. Die massenhaft Fragezeichen aufdecken gibt es bei Dragons Dogma 2 nicht. Und man kann auch, man hat gerade gesehen, mit B interagieren mit den NPCs. Bekommen wir, indem wir auf eigene Faust NPCs anquatschen oder beim Bummeln durch die Städte angequatscht werden. Sehr schöner Ochsen-Ochsen-Tier. Sehr cool auch wieder. Du hast nicht das Gefühl, dass du von A nach B läufst, um C zu machen, sondern das ist ein bisschen dynamischer. Und auch mehr auf eigene Faust, mehr auf die eigene Interaktion, das eigene Engagement ist da notwendig. Finde ich eigentlich richtig cool. Dass das Spiel einen eigenen Kodex für all seine Figuren mit Bildern und Wohnorten mitbringt, ist kein Zufall. An einer Stelle mussten wir sogar nachschlagen, weil wir nicht mehr wussten, wie der Kerl, bei dem wir unsere Quest abgeben sollten, überhaupt aussieht. Was für Kompetitisten nach einem wahrgewordenen Albtraum klingt, versetzt Oldschool-Gamer in selige Zeiten zurück. Zeiten, in denen Spiele noch geheimnisvoll sein durften und nicht jeder alle Inhalte auf dem Silbertablett serviert bekam. Finde ich auch sehr cool. Das muss man natürlich mögen. Wir können euch versichern, dass wir es trotz des Testzeitdrucks und ohne Hilfe von außen problemlos durch die Hauptquest geschafft haben. Wir waren allerdings doch ganz schön baff, wie viel Capcom bereit ist, noch dahinter zu verstecken und vor allem verpassbar zu machen. Ebenso begeistert haben uns die actiongeladenen Kämpfe. Die lassen den Großteil der Rollenspielkonkurrenz aussehen wie eine zweitklassige LARP-Veranstaltung. Ob als Krieger, Magier, Dieb oder Bogenschütze, das Spiel erzeugt ein kinetisches, instinktives Kampfgefühl. Wir bringen mit unserer Truppe etwa ein großes Monster zu Fall, indem wir seine Flügel anzünden, stechen martialisch auf Schwachpunkte ein oder schleudern kleine Feinde durch die Gegend. Kleine Feinde? Das Ding ist riesig. Thematisch ist es eher in der Light Fantasy zu Hause. Trotzdem zeichnet Dragons Dogma 2 eine Welt, in der Monster auch wirklich Monster sind und sich niemand zurückhält. Der Schwierigkeitsgrad ist moderat. Immerhin können wir jederzeit unser Inventar öffnen und uns Heil-Items reinkippen. Trotzdem verlangen die Kämpfe Engagement und überlegtes Vorgehen. Das haben wir vor allem als Krieger zu spüren bekommen. Wenn wir von einem schwer gepanzerten Goblin umgehauen werden, zögern seine Kollegen nicht, uns am Boden weiter zu vermöbeln. Ein Zyklop wartet auch nicht darauf, dass wir wieder aufstehen können, bevor er zum nächsten Stampfer ansetzt. Wenn wir einen weiblichen Charakter spielen, kann es auch schon mal vorkommen, dass wir von einem sabbernden Ogre in den Wald geschleift werden. Ohne die tatkräftige Unterstützung der Vasallen wären wir in solchen Situationen aufgeschmissen. Da ist es umso erfreulicher, dass die Kollegen in den meisten Fällen wirklich alles geben. Haben wir einen Magier im Team, können wir uns darauf verlassen, dass er unsere Waffen mit passendem Elementarschaden verzaubert. Das ist natürlich sehr wichtig, dass die drei KI-Begleiter auch sinnvoll handeln. Wir haben es in der Rezension gesehen, dass sie wohl nicht so stark sind, die KI. Aber ja, zumindest an sich, das Konzept ist schon echt cool. Ist schon wirklich sehr, sehr nice. Durch den Einsatz der vielen Skills, die Puste aus, kommt zuverlässig jemand vorbeigelaufen und päppelt uns wieder auf. Und wenn wir es geschafft haben, einen großen Feind umzuwerfen, wird von allen Beteiligten gnadenlos draufgehalten. Hier und da lässt uns ein Vasall mal auf den Boden klatschen, statt uns aufzufangen oder nimmt sich ein bisschen zu viel Zeit dabei, uns hochzuhelfen. Insgesamt haben wir aber kaum Gründe, über die KI zu meckern. Ja, was macht er mit dem Stein? Habt ihr das gesehen? Insgesamt haben wir aber... Hier, der Begleiter, ich habe gesagt, mit dem Stein. Okay. Das erzeugt trotz des nicht vorhandenen Koop-Modus ein tolles Gemeinschaftsgefühl. Jeder erfüllt die Rolle, die ihm bei der Klassenauswahl zugewiesen wird. Von diesen Klassen oder Laufbahnen gibt es 10 Stück. Jede mit eigenem Equipment und Spielstil. Finde ich nice. Ich habe gerade ein bisschen Angst, dass es in Insgesamt nur 4 gibt. Und du hast quasi immer... Du hast einen Tank, du hast einen Damage-Dealer, du hast einen Ranged und du hast einen Magier. Also einen Support. Schön, dass es mehr gibt als 4. Nahkampfklassen verwenden klassische Hack-and-Slay-Manöver, die sich durch die Einbeziehung der Physik allesamt wuchtig anfühlen. Magier, Bogenschützen und magische Bogenschützen feuern effektreich aus dem Hintergrund und sind vor allem bei fliegenden Gegnern im Vorteil. Die muss ein Nahkämpfer oft erst erklettern. Dieb und Trickster setzen auf Schnelligkeit und Täuschungsmanöver. Aber unsere eigene Klasse und die unseres Hauptvasalen dürfen wir in der Laufbahngilde wechseln und mit vielen Skills ausstappen. Leider lassen sich aber immer nur 4 aktive Fähigkeiten gleichzeitig ausrüsten, wodurch wir situationsspezifische Skills meistens liegen gelassen haben. Es kann auch eine Weile dauern, bis die voll beladene Controller-Steuerung verinnerlicht ist. Dass es weder eine Lock-on-Funktion noch eine Ausweichrolle für alle Klassen gibt, lässt manch hektischen Kampf umständlicher als nötig werden. Beim Klettern auf Gegnern ist auch nicht klar, wo gerade vorne und hinten ist. Das erfordert eine Neupositionierung und kostet wertvolle Ausdauer. Selbst mit diesen kleinen Störfaktoren ist das System aber insgesamt ein durchschlagender Erfolg. Abseits von Souls-Likes gibt es nur wenige Rollenspiele, in denen es so riesigen Spaß macht, gegen so riesige Gegner zu kämpfen. Einen großen Teil trägt die erstklassige Präsentation bei. Vor allem in puncto Detailgrad von Monstern und Umgebung lässt die RE-Engine die Muskeln spielen. Die pompösen Effekte sind auch nicht von schlechten Eltern. Wenn wir zu Beginn durch die Waldlandschaften des Menschenreichs Vermin streifen, sich jedes Grasbüschel bewegt und die Beleuchtung der Bäume schimmert, kommt ordentlich Atmosphäre auf. Dragon's Dogma 2 ist dabei nicht wie Elden Ring voller... Wow, guckt euch das mal an mit der Farm hier. Ich gehe gerade nochmal ein bisschen zurück. Dogma 2 Wenn man hier die Farm sieht, auch mit der Hütte und dem Bergenhüttergrund, das ist schon echt hübsch. Und dann natürlich seiner Gang, die man dabei hat. ...ist dabei nicht wie Elden Ring voller Monumentalarchitektur und Kreaturen direkt aus dem Horrorfilm. Es zeichnet ein geerdetes westliches Fantasy-Setting, wodurch der Kontrast zum Effektgewitter in den Kämpfen umso besser wirkt. Ob die auf Konsole angepeilten 30 FPS bei der Optik und dem großen, aber auch nicht gigantischen Scope des Spiels gerechtfertigt sind, darüber lässt sich sich streiten. Eine optionale Begrenzung auf runde 30 Bilder sollte Capcom aber noch einbauen. Abseits davon haben wir auf der PS5 kaum was zu meckern. Auf allen Plattformen hat das Spiel Probleme mit nachladenden NPCs in großen Städten. Umhänge klippen außerdem ständig durch Rüstungen und Schilde. Die beiden Hauptstädte sind die einzigen Orte, an denen die Performance auf unserem Test-PC spürbar einbrach. Das sollte bei einer RTX 4080 mit aktiviertem... Sollte nicht so sein. Krass, okay. Ich meine, at least nur die Hauptstädte, aber ich schätze halt, die Hauptstädte, da bist du von allen Städten am meisten. Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. ... natürlich nicht passieren. Gut möglich, dass das Spiel nicht nur die Grafikkarte, sondern vor allem den Prozessor extrem beansprucht. Das würde zumindest die fehlenden Performance-Modi auf Konsole erklären. Ein Manko, das sich weder durch Hardware-Hunger noch durch das bewusst altmodische Game-Design erklären lässt, ist Dragons Dogmas Speichersystem. Das Spiel hat nur einen einzigen Spielstand, den es andauernd und ohne uns zu fragen überschreibt. Nein, das ist kein Speicherplatz wie bei Elden Ring, der uns mehrere Charaktere anlegen lässt. Es gibt einen Platz für einen Charakter. Und das Spiel lässt uns den kompletten Save löschen, wenn wir nochmal ganz von vorne anfangen wollen. Wir können nur vermuten, was Capcom da geritten hat. Es könnte etwas mit dem Vasallensystem zu tun haben. Die werden von anderen Spielern immer auf dem Level und mit dem Equipment ausgeliehen, das sie in unserem Spiel gerade haben. Aber selbst wenn es einen guten Grund gibt, wir hätten sehr gerne verschiedene Charaktere und Spielstände angelegt, um freier Dinge ausprobieren zu können. Immerhin wirkt... Ja, verstehe ich auch. Und keine Ahnung, zum Beispiel du spielst das Game komplett einmal durch und willst dann einfach mal einen kompletten neuen Charakter erstellen, mit einer anderen Rasse zum Beispiel. Aber gerne hättest du deinen alten Spielstand einfach noch erhalten. Vielleicht kannst du die Datei speichern im Spieleordner, im Savegame-Ordner, vielleicht geht das. Aber keine Ahnung. Aber es ist einfach so... Ja, fühlt sich ein bisschen unnötig an. Dragon's Dogma 2, wie prädestiniert dafür? Eine Warnung noch an der Stelle. Wie geil ist das denn? Wenn ihr nach dem Tod die Option auswählt, am letzten Gasthaus zu starten, ist damit ausdrücklich das letzte Gasthaus gemeint, in dem ihr übernachtet habt. Nicht das letzte, das ihr betreten habt. Weil das miese Speichersystem sofort nach dem Laden unseren einzigen Save überschreibt, haben wir mit dieser Option zu Beginn des Tests einmal locker zwei Stunden Fortschritt vernichtet. Um das Ganze aber wieder zu einem versöhnlichen Ende zu führen, möchten wir noch über eine der besten Qualitäten des Spiels reden. Das eingangs erwähnte Abenteuergefühl. Hier gehen die Designentscheidungen nämlich voll auf. Dragon's Dogma 2 verzichtet bewusst auf viele Markierungen auf der Weltkarte und auch ein komfortables Schnellreisesystem sucht man vergeblich. Finde ich geil. Das mit der Markierung hatte ich ja schon mal in den Quests gesagt, dass es sehr cool ist, sich selber so darum kümmern zu müssen. Ein bisschen war es auch bei Red Deadly Dungeon 2, wo es bei den Quests schon eine Markierung gab, aber mehr so ein Gebiet, was du dann so erkunden musstest. Aber auch kein Schnellreisesystem. Hat man ein Reit hier oder sowas? Das wäre halt noch ganz cool für seine Mannschaft, I guess not, weil sonst hätte ich das glaube ich schon erwähnt. Teleportieren können wir uns nur an wenige Orte und auch nur dann, wenn wir einen seltenen Verbrauchsgegenstand benutzen. Deswegen reisen wir erstmal überall zu Fuß hin, durch eine zerklüftete Welt, deren Karte nur aufgedeckt wird, indem wir sie erkunden. Daneben gibt es noch Linien, auf denen Ochsenkarren verkehren. Die werden unterwegs aber oft angegriffen oder fallen gleich ganz aus, wenn die Monsterpräsenz zu hoch ist. Bevor wir überhaupt losziehen, füllen wir unser Inventar mit Heil-Items und Camping-Ausstattung. Außerdem sollten wir darauf achten, nicht zu spät aufzubrechen, damit wir nicht mitten in der Nacht in der Wildnis stranden. Selbst mit aktivierter Laterne sehen wir im Dunkeln nur mehrere Meter weit und die Monster werden sehr viel gefährlicher. Unsere maximale Lebensenergie sinkt mit jedem eingesteckten Treffer und besonders stark, wenn wir getötet werden und den letzten Speicherpunkt laden müssen. Das ist echt ingame. Das ist irgendwie, das sieht aus wie so eine Kochshow. Das passiert entweder ziemlich teuer im Gasthaus oder an Feuerstellen irgendwo in der Prärie. Nein, das ist doch nicht ingame. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ingame ist. Klingt stressig. Glaubt uns, das ist es oft auch. Doch, es ist ingame, oder? Ich gucke das gleich nochmal nach. Das Gefühl nach einem harten Kampf, die Rauchschwaden eines Lagerfeuers zu entdecken, das Zelt aufzuschlagen und am nächsten Morgen wieder aufzubrechen, gibt all dem fehlenden Komfort einen Sinn. Es lässt die Vision eines Spiels erkennen, bei dem wir genau das tun, wofür Open Worlds eigentlich gedacht sind. Ein echtes Abenteuer erleben, und zwar auf eigene Weise. 9 von 10 wahrscheinlich die Wertung. Dragon's Dogma 2 ist ein bildhübsches Spiel, das seine Eigenheiten mitbringt, an die man sich erst gewöhnen muss. Ein Spiel, in dem die eigenen Geschichten oft viel interessanter sind als die vorgefertigten. Aber vor allem ist es eines, das einfach so unverschämt gut unterhält, dass wir es so schnell nicht mehr aus der Hand legen werden. Sehr gutes Video. Will ich ganz kurz nochmal sagen, von PC Gamers, wie gesagt, PC Games, schaut auf jeden Fall rein. Geht zum Video, ist in der Beschreibung hier verlinkt, geht drauf, like das Video, abonniert den Kanal. Sieht richtig cool aus, wenn man so Abenteuer, so ein Spiel, wo du 2, 3, 4 Stunden reinsteckst, wo du dich so richtig verlieren kannst. Ich glaube, wenn du darauf stehst, ein bisschen so Fantasy, ich finde die Rüstung hier sieht wieder so geil aus, mit dem verzauberten Schild und so. Also, ich glaube, das Game ist was für mich. Ist natürlich ein bisschen zu teuer, also ich werde es mir ja jetzt noch nicht holen, aber vielleicht in Zukunft, who knows. Jetzt will ich aber ganz kurz gucken. Dragons, Dogma 2, Gucken. Cutscenes, ja, das ist echt ein Ding, oder? Okay, Qualität ist mies, aber egal. Was ist das denn? Das ist echt eine Cutscene. No way. Na gut, okay, ich gehe kurz wieder zurück. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, wie ihr zum Spiel steht, ob ihr es schon angeschaut habt, wie ihr jetzt steht nach dem React, nach dem Video. Ob es für euch eine Möglichkeit wäre oder eine Option auf jeden Fall, das Spiel zu kaufen und zu spielen. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.